Warte jetzt. Ich brauche Schwung. Na, wer sagt's denn? Oh, hier, wie ihr mit dem Holzbein rumrudert. Ich mach gar nicht mehr. Ich hab die perfekte Idee. Beste Idee ever. Oh mein Gott, wo sind wir denn? Ja, ich bin auf dem Stein gelandet. Warte. Oh mein Gott, ich bin Hulk. Ich wollte es abschlagen. Krass. Warte, warte, kann ich mal kurz? Zwei mit einem. Ja, wir könnten auch durchs Glas. Warte, guck, ich mach zwei mit einem. Ne, das Glas ist stabil. Oh mein Gott, ich hab zwei mit einem. Na, guck, wie man das macht. Warte, ich, ich das andere. Jetzt, warte, Brett. Jööööö. Hä? Das musst du so machen, warte. Warte jetzt. Ich brauche Schwung. Na, was sagt's denn? Was? Ah. Ah. Was ist eigentlich mit einem Feuerlöscher hier? Brauchen wir den? Putz! Ich nehm den mal mit. Ja. Äh, die Tür ist blockiert. Warte, das gleich. Meistro. Dann schiebe ich die auf. Ah. Okay. Warte, warte, warte. Greif das Ding. Wird mir hier zu viel. Zur Seite ziehen. Zieh. Wird mir jetzt einfach hier zu viel, Mann. Der Fahrstuhl ist blockiert. Alter, guck mal was ich gemacht habe. Ach so, sag das doch. Verdammte Scheiße. Wer damit? Warte, ich mach den Fahrstuhl auf. Äh, ja. Hallo? Ah, ist ja schön. Knopf auf der falschen Seite gewesen. Pack mal die Kissen da unten. Moment. Wegbacken? Ja, ja. Wohin? Vorsicht. Ah ne, geht schon. Jetzt, 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 jetzt. Was? Bums. Ah. Super. Ja, ich glaub ich muss da nochmal dagegen fahren. Es hat nicht ganz gereicht. Oder, kannst ja, ne die Kissen müssen nicht mehr weg. Was ist da hinten? Glas. Wo geht's hier hin? Oh! Ich hab das Glas kaputt gemacht. Da gibt's doch unentdeckte Gebiete. Äh, wo? Hier hinten. Aber ich weiß nicht, wo's da lang geht. Ob wir da vielleicht drüber springen müssen? Können wir uns hochziehen? Ah. Hau mal hoch. Und... Ich... Ich komm nicht mehr vor, was sich drückt. Ach doch. Ui. Ne, das ist zu hoch. Guck mal her. Äh, wir holen uns ein paar Kissen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich hab das Fenster kaputt gemacht. Können wir uns hier hochziehen nochmal? Hallo. Na, wie geht's euch da drin oder so? Was siehst du? Ja, ich steh gar nichts mehr, weil ich Kopf oben bin. Mir aus dem Weg. Oh, bleib liegen. Ich spring auf dich drauf. Ja, danke. Äh. Ich hab dich festgehalten. Ey, Mensch, hör mal auf. Ich hab's gleich. Oh, Mann. Ähm. Hä? Ich hab gar nichts mehr gemacht. Nee, ich sag ja nur. Ich war fast oben, alter. Alter. Dieser Fettsack. Ich? Ja, du nicht. Äh. Aber ich bringe ein Kissen nach hinten. Ich hab's. Was? Ah. Okay. Okay. Wo bist du? Ich baue hier meine Treppe. Für irgendwas müssen die Kissen ja gut sein. Nee, die haben davor das Teil, den Lüfter blockiert. Das ist für mich. Warte, guck mal da zum Kran. Hallo. Guck mal. Mhm. Hallo. Oh, Abrissbirne. Vom feinsten. Ah, ich bin runtergefallen. Zieh. 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 Okay. Schieb. Schieb. Was denn nun? Schieb. Eins. Nicht so weit. Ich hab hier das Gefühl gefragt. Ey, hier ist ein riesig großes Gebäude. Echtes Fingerspitzengefühl. Wennst du mal hier hin? Hier ist ein großes Gebäude. Oh, Papa. Ja? Mein Fahrer. Ja. Du fährst den Bagger? Ja. Zu mich. Lass sehen. Ja, da sitzt du drinnen. Oh mein, jetzt geht's ab. Hopp und hopp. Das ist ein richtig großes Gebäude. Ich weiß nicht, ob du da rein willst. Ah. Mein Gott, ich bin aus dem Kran gefallen und halte mich am Hebel fest. Ich glaube, hier müssen wir Treppen bauen. Ich bin mir ziemlich sicher. Was ist denn da? Es ist eine Heidenarbeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Hast du schon mal mit Stein versucht? Nein. Warte, ich bring die eigentlich vorbei. Krass. Ich hab doch mal ne Kissen. Die Kissen. Oder rein? Schön. Alter, war so ein Eis-Monster oder? Oh hier. Ein... Oh was war das? Ich hab gewohnt. Warte. Er ist gleich oben. Vorsicht. Ich bin eingeschlafen. Geh mal weg mit dem dicken Arsch. Ich bin reingeschlafen. Ich mach's gar nicht. So, gut, gut. Ja. Das ist grad nix. Jetzt brauchen wir noch ein Kissen hier. Dann können wir auf den Stein klettern. Lass den Stein! Lass den Stein! Warte, ich pack ihn da wieder hin. Stell das Kissen davor. Das, was hier an der Seite liegt. Alter, ist nicht schwer. Ja. Cool. Alter, was ist denn hier immer für so eine Staub-Explosion? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht wieder, wie wir rauskommen. Oh mein Gott, wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Krass. Falsche Richtung. Wir sind krasse Typen. Ja, wir schalten der eine nach der anderen. Warte, ich nehm jetzt den Feuerloscher und schlag dann die Scheibe ein. Dann können wir draußen das Geländer benutzen. Und dann geht's zurück. Weg. Äh. Alter, Alter. Mein Geschenk. Lass mich doch mal. Wir machen das gemeinsam. Halt fest. Na gut, ich mach's. Alleine. Warte, ich brauch's an der anderen Seite. Warte, gehen wir weg hier. So macht das ein Profi. Luft. Andern Arm. Und dann. Gib Gas. Weiter, hier. Ah. Sehr schön. Ich lass mich erstmal hoch. Ich bin... Ja, krass auch von uns rein. Ja, du stoppst aber auch zuerst. Das ist schön. Auch wirklich? Arme hoch, Sprung und ziehen. Aua, ich hab mir den Kopf gestoßen. Schöne Aussicht hier. Oh mein Gott, wir können hier alles überspringen eigentlich. Alle Level. Ehrlich? Ja. Bist du am Rohr hinten hoch? Was? Wo bist du hoch? Gar nicht oben. Ich hab dich doch grad gesehen. Ach, da hinten ist da ne Leiter. Ah, da. Nicht zu sehen. Ja, was ist das für ein cooler Schild hier? Was? Über Springen wir halt einfach alles. Ich bin ja auch eigentlich ziemlich schlämmig, was? Wenn ich so mache. Ähm, wo bist du hin? Ich hab mich versteckt. Hallo. Ach, da. Ich seh das grüne Kirmit-Gespenst. Hallo. Steh und weg. So Arme. Weg. 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 Ich schmeiß dich jetzt rüber. Ah, ich schmeiß dich jetzt rüber. Ah, ich war so. Ah, ich war so. Ah, cool, wenn ich hier in der Leiter fesste. Ah, jetzt nicht mehr. Ich bin wie so ein Krabbleer. Oh mein Gott, ich wäre grad... Das passt ja wirklich, wenn ich hier stehen bleibe. Was ist das? Ist das so ein Drücken? Das ist ein bisschen dumm. Ah, ich weiß wo lang. Hier gibt es noch so viele schöne Räume zu entdecken. Egal. Nein! Nichts nutzt. Mann, jetzt muss ich die scheiß Level machen. Hallo, ich bin hier oben. Nein, nein, nein! Ah, ich sterbe. Nein, ich bin hier. Wo bin ich hin? Ach so, bei dir? Wie geht denn sowas? Druck mal, Druck mal J. Y meinst du? Ja. Ich falle runter und komm dann oben wieder rein. Das ist cool. Lass los jetzt. Das Ding ist, ich werde eher... ähm... Loslassen! Halt dich fest. Ich geh jetzt hier. Ich muss mich festhalten. Ich komm nicht mehr hoch. Komm mal. Dass man dich aber auch nicht abschütteln kann, das verstehe ich nicht. Wenn jetzt nicht, Junge. Ich muss dich doch abstellen. Ich will das Namensschild nicht mehr sehen. Wieso geht es nicht mehr aus? Hey, ich hab ja vielleicht gar kein Namensschild. Musst du V drücken. Ja, genau. Oh ja, wie er mit dem Holzbein rumrudert. Dipper. Derbe. Ja, komm nach unten. Komm nach unten. Ja, ja. Du ziehst mich an mein Haar. Ich hab gar gein. Lass los. Ich schlag dich in die Fresse. Du kommst ja nach unten. Oh, er hat automatisch losgelassen. Du kollerst einfach. Wie du einfach gerade automatisch die Teile runtergekollert hast. Warte, ich steuere in der Luft schon mal den Zielpunkt ein. Hat furchtbar nicht geklappt. Kannst du mir helfen? Nee. Ah, du musst mich... Du musst den Schalter nehmen und... Was? Kannst du mir helfen? Nee. Ich will da rüber. Ich halte mich jetzt fest. Ach, da bist du. Ja, hallo. Hilf mir mal. Warte. Gib mir die Hand. Oh. Hi. Was zur Heule? Warum fahr ich gleich wieder? Oh, ich wär fast über's drücken können. Ich will da rüber. Warte. Ja, da kippt mich bloß ab. Ah. Nein. Bist du blöd? Mann. Und zur Seite rüber. Ah. Ach so. Ah. Wie er dran hängt. Jetzt. Gas. Gib Gas. Guck mich an. Lässig. Lässig. Ja, hängt sehr lässig. Hallo. Warte, Kiste kommt gleich. Ja, ich roll mich schon mal hoch. Trottel. Ich hab mich jetzt gelacht, wenn ich das rauskomme. Au vom Kopf. Au. Au. Ich mach gar nichts mehr. Ich kriege mein Lachenkrampf. Okay, warte jetzt. Ne, warte mal kurz. Ich mach mal kurze Pause. Ich geh mal schnell in den Rauchen. Okay, ich mach da schon mal das Level hier, ja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Oh. Oh. Ich bin heftig. Danke. Aber du nimmst weiter auf, oder was? Okay. Du stehst doch so in der Mitte. Oh mein Gott. Nein. Leute. Ich hab die Kiste noch. Oh jetzt nicht mehr. Oh. Oh jetzt nicht mehr. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh nein. Äh. Eigentlich da. Du. Bist du fett. Man. Komm mit. Weeieiei. Komm. Nein. Nein. Nein! Ich hab dich trotzdem! Ich hab die perfekte Idee! Beste Idee ever! Achso! Wir müssen nach da! Ich dachte wir müssen da wo das große Tor ist! Tschüssi! Musik 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 Musik